Was soll ich dir zeigen, was mich jetzt so gefragt ist, bei dem einen Böfel und dem Apfel, wo man schon mal alles tut, weil wir haben Böse wie die Hände und die Stücke. Das heißt mal, der kann da rüber gehen. Aber wie machen die denn? Beide auf einmal! Aber das ist so großartig! Das ist so großartig! Und dann ist das so großartig! Und dann ist das so großartig! Komm mal, wie schnell ist die Männchen? Wie schnell ist die Männchen? Ja, gut. Da hat man einen Cock-Coo-Li. Hey, das ist so cool. Wow, das ist so cool. Ah, ja, ha, ha. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Guck mal, der kühlt sich heute an. Guck mal, wie die klettern. Guck mal, wie die klettern. Das ist ein Löffel. Hast du das gesehen? Er ist nur etwas verbogen. Ja. Schnaupte auf jeden Fall!